Fuck Walk into the waterfall Ja mach mal Walk into the waterfall Naaaaah Aaaaaah Wo wollen wir denn jetzt den Schlüssel herkriegen? Muss ich ihn noch mal töten Ja, dann esse ich aber sofort Sushi Ok Sushi vor allem Hä, wo wollen wir denn jetzt Wir wissen jetzt ja gar nicht wo wir schon Tja, also muss ich einen... Das haben wir aber auf jeden Fall schon, die alle getötet. Ah, siehs, siehs, siehs. Hä, aber da waren wir auch schon mal. Wir waren schon überall. Haben wir hier nicht mal schon ein Item? Ach ja, die Leiter. Hä, haben wir die Leiter hier gekriegt? Nein, nein, doch. Ach so genau, wir haben letztes Mal übrigens mit der Leiter noch ein Herzteil geholt. Gehört. Das geht hier aus Ihrer Spiegel. Ah, hier, das ist Hamlin. Ah, hier, das ist Hamlin. Was geht mit unserem Spiegel? Hör auf, ich krieg sonst nichts. Hä? Mein Name ist Linus. Und ich lebe hier schon mein ganzes Leben. Und da steht in deiner Wave. Nein, da steht Benjamin Linus. Ich weiß, aber... Wenn Sie wissen, wer Benjamin Linus ist, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr nicht wisst, wer das ist seit der dumme Hurensöhne. Hallo? Ich leidige gerne im Publikum. Denn es ist imaginär. Ich denke, das imaginäre Publikum wird mit imaginären Tomaten werfen. Aber wenn man dann... Also, wenn man dann... Ach, sag. Ach, sag, ich brauche das gar nicht erklären. Weee! Da waren wir bestimmt schon drin. Und, und, und? Da waren wir bestimmt schon, da war bestimmt... Die Trampoline! Da war bestimmt die Leiter drin. Wo soll ich das hängen? Weiß ich nicht. Hahahaha! So! Scheiße! Wo müssen wir hin? Gute Frage. Ja, das bringt ja auch alles nichts. Man... Wir hätten nicht zu lange warten dürfen. Jetzt wissen wir nicht mehr, wo wir schon waren. Und was nicht, wo ich bin. Ich bin doch im Schweinestall. Ich dachte... Ich bin weiß und verbunden. Ich dachte... Ja, ich sehe nichts. Ich esse gleich Grapefruit. Ja, ich sehe nichts. Warum hast du nicht nicht... Entschuldigung, jetzt bist du gleich tot! Gott, bist du blöd, ey. So, ich bin doch einfach. Ja, und? Du hast so viel weniger Herzen. Ja. Ja. Exactly. So. Nee, aber als wären wir da noch nicht gewesen. Jetzt sonst waren wir bei. Ja, da müssen wir irgendwo was machen, wo... Wo wir nicht wissen, was wir da was machen müssen. Oder wir kaufen uns einfach einen Schlüssel. Nicht leider gekostet. Oh, das ist ja incredible. Vielleicht waren wir doch noch nicht. Dass die nämlich sehr... Ja genau, mit dem Licht waren wir da noch nicht. Mit dem Licht waren wir hier noch nicht. Ein kleiner... Ein kleiner Reim von mir. Ähm... Ja. Wir töten wieder ein paar Papyrus. Und sagen... Tschüss. Auf geht, ich wissen noch. Ein kleiner Scherz. Es kommt wieder, keine Frage. Deine Mutter auf den Tag. Oh, Mann, ey. Ah, hast du es gerade gefunden? Oh, Mann! Ne, wir müssen bestimmt irgendwas verschieben. Lack... Lack da unten die Karte. Lack. Ja. Nein, die Karte war aber der Kompass aus. Jaaaa! Ja, aber dann war ich überall. Nein, wir waren noch nicht da unten links. Gut. Dann müssen wir jetzt in jedem Raum... Hä? Warum wir nicht weitergekommen sind, weil wir... Ja, weil da ein Schlüssel war. Ich hatte ja nicht da unten. Hä? Darum geht's doch gerade. Ja. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Tja. Warum machen wir das hier nochmal? Ach ja, wir machen das Play. Weil warum ist denn das wieder rausgegangen? Weil da nur ein Fleder war. Ja, wir musst du töten! Hä? Ja, wir müssen jede Eventualität ausschließen. Eventualität bedeutet hier Möglichkeit. Okay, dann gehen wir jetzt jeden Raum durch. Ja. Und verschieben überall Steine. Ja, weil hier so viele sind. Ach ja, hier doch nicht! Ich mein doch in jedem Raum, wo wir in rechts sind. Oh Mann, hier ist nichts! Hätt ich dir gleich sagen können. Hätt ich dir gleich sagen können. Mann, ich glaub du hast in der Eissee schimmelt. Schimmel ich nicht? Da sind hier die Stücke drauf. Ja. Ich will da nicht dran denken. Ähm, so. Genau hier. Da hast du auf jeden Fall schon mal alle getötet. Darum müssen wir nur noch die Steine verschieben. Oh, das dauert jetzt 10 Jahre, die in alle Richtungen zu schieben. Ja. Muss das in eine bestimmte Richtung sein. Ja. Oder? Echt? I don't know. Weil das ist noch völlig super, oder? Nein, das hat meine Hand wehgetan. Ja. Nicht nur deine Hand, du bist tot. Ich weiß nicht, ich versuche, das hat mir wehgetan. Aber du kannst dich so machen, deswegen kann ich nicht. Das würde auch echt voll weh. Hä? Oh Mann, dieses Spiel ist echt zum Kotzen. Zum Kotzen. Ach Gott, das Spiel ist geil. Mein Lieblingspiel. Oh, das hat wehgetan. Das Spiel ist geil. Das ist grad wirklich gesagt. Ja, ich liebe das. Das ist mein Lieblingsspiel. Okay, hier ist nix. Tschüss. Abba Kadabba. Besser als Bioshock. Ja, ich mein, hier ist man ja auch so einer. Alter. Hallee. Das ist man auch so einer. Hey, guck mal, das ist dumm, ne? Wie kann man eigentlich das neue Bioshock 2012 veröffentlichen, wenn wir da alle tot sind? Jetzt kommt 2012. Ja, wow, das kann ich zu jedem sagen. Hä, da rechts waren wir doch gerade. Ja, wenn ich mich doch nicht daran erinnern, das ist schon lange her. Dumm, Halsch. Ach ja, stimmt, wir machen hier alles Play. Oh, jetzt sind die Gegner wieder da. Oh, jetzt gehst du da oben hoch. Oh. Oh. So, hier Verschiebung. Oh, ne, erstmal Tötung. Zeitverschiebung. Das ist wirklich so boring, wie ne Marmelade im Apfelglas. Alter, damn. Oh, lass... Oh, da fällt mir echt die Chemnade runter. Die Chemnade. Ah, verdammte Seitenscheiße. Seitenscheiße? Ach, die sind sehr scheiße. Kacken an Bonny. Oh, aber nicht. So, hier ist auch nix. Nicht, nicht, nicht. Ja, wie lustig. Wenn ich nicht nicht sage, ist das auch nicht lustig. So, next room. Voll die Pokémon-Geräusche hier. Totally not. Okay, hier ist das nicht, oder? Nein. So durchrushen. Wie Sonic the Hedgehog. Was? Sonic the Hedgehog huscht doch auch. Heißt ja nicht auch sogar einer Rush? Oder wer ist der Rush? Oder auch Schandell. Dein Hush. Hasch. Hasch. Hasch gegen Hasch. Hasch gegen Hasch. Hasch gegen Hasch. Ich weiß nicht. Hä, mach doch mal Licht an. Oh, bestimmt nicht. Hat die ja sogar. Oh, hier ist nix. Hier kannst du wegrennen. Rennen weg wie ein Apfel. Genau, halbes Herz. Das macht nix. Ey, wir waren bestimmt nicht da oben in diesem Raum. Wo? Egal, mach erstmal weiter. Jetzt rechts und dann oben. Okay, doch. Ähm. Okay, doch. Hier ist ja nix. Äh. Hä? Das ist völlig impossible. Haben wir auch schon alle getötet? Hä? Hast du das schon gemacht? Was machst du denn? I know. I know. Da rechts haben wir bestimmt keine Steine verschoben. Oder doch? Das war ja das. Das war genau da. Hä? Was ist jetzt hier oben? Ne, was ist da rechts? Was ist hier oben? Hier ist der Boss. Vielleicht hier? Ja, hier ist nicht der Boss. Hä? Ja, lustig. Ähm. Geh doch mal nach rechts. Nein, das ist derselbe Raum. Nein. Hä? Nein! Oh Mann, ich weiß aber was da drin ist. Da ist kein letziger Stein. Das ist dieses mit der Wasserplattform in der Mitte. Hier vielleicht ist ja ein Stein. Nein. Nein, bestimmt ist das hier beim Endgegner. Nicht. Hä? Genau, du musst in den Wasserfall gehen. Hat er dir das so gesagt? Nee, der ist dahinter. Nein. Das ist hier draußen auch in der Karte. Ist ja hier ein Wasserfall drin. Äh. Vielleicht ist der Endpost. Wasserqualle. Ding. Ups. Achso, stimmt. Eigentlich ist hier auch Wasser. Ja, okay. Tschüss. Ah ja. Walking to the Wichserfall. Ja, dann gehen wir jetzt raus und sammeln Rubine, ne? Ich bin auch dran. Ja. Mann. Oh, dann gehen wir jetzt raus und sammeln Rubine, ne? Oh Gott. Aber das filmen wir nicht. Nö, wozu auch? Es ist viel zu langweilig. Okay, äh, wir sehen uns später wieder, wenn es heißt Ratatouille im... Oh Gott, nein, beende den Satz einfach nicht.